Hans-Peter Kerkeling, die Ulknudel aus Recklinghausen. Kein Holländer, obwohl der Name das nahe legen könnte. Fast Holländer. Fast Holländer, ja. Mein Opa ist Holländer. Wir praten auch ein bisschen Nederlands. Der Name ist ein Holländischer. Ich habe auch ein bisschen Nederlands mit der Karte. Ja, auch gerne. Ja, wir sind eine internationale Talkshow und ich glaube, da kommen wir noch drauf. Ja. Und, ähm... Ich weiß übrigens nicht Hans-Peter, sondern ich habe einen Künstlernamen, H.P. Ich habe, das klingt wie eine Hautkrankheit, H.P. Ja, H.P, gut. H.P. Akzeptiert. Und Sie haben zwei Jahre lang die Pop- und Sketch-Sendung Känguru im WDR gemacht. Mit Erfolg. Ja. Und Ihr Regisseur sagte, in zwei Jahren ist das der neue Otto. Hat er das gesagt? Ja, ein Jahr ist rum. Wie sehen Sie das? Das ist ja genauso, wenn ich sage, dass Walter Scheel in zwei Jahren zweite Marie-Louise Steinbauer im Bereich des Talkmanns ist. Da muss er ja nicht. Der vergleicht, der stimmt aber nicht. Also ich meine, noch habe ich mir keine langen Haare wachsen lassen. Ich spreche auch noch nicht aus Friesisch. Mein Wohnsitz habe ich nicht nach Emmen verlegt. Also allzu viel habe ich da nicht mit am Hut. Na gut, Sie wollen ihn ja nicht imitieren, aber ich meine, der Bekanntheitsgrad von Otto schwebt Ihnen schon. Habe ich so einen Bekanntheitsgrad schon? Nein, ich frage ja, ob es Ihnen vorschwebt. Ja, ich meine, ich habe nicht so einen tollen Film gemacht wie er, aber man wird sehen vielleicht. Aber ehrgeizig sind Sie schon. Mit 13 haben Sie schon bei Loriot beworben, nicht? Richtig. Bin aber nicht angenommen worden. Was haben Sie denn denn geschrieben? Aber drei Jahre später, also als ich dann 17 war, hat genau die Redakteurin, die mich damals abgelehnt hat, die Birgit Reckenmeyer von Radio Bremen, hat die erste Show mit mir gemacht. Wie haben Sie das gemacht mit 13? Was haben Sie dem Loriot geboten? Ja, ich habe gesagt, nimm mich, anstatt Dicki Hoppenstedt, ich bin auch dick und ich kann auch dieses zickezacke Hühnerkacke, aber das hat ihn nicht überzeugt. Das ist ein Zitat von Loriot, das darf man sagen. Das war eine Kassette oder ein Brief oder haben Sie ihn als Telefon... Kassettebrief, ja. Kassettebrief, ja. Und das hat nicht verfangen? Hat nicht funktioniert. Und wie haben Sie sich dann ins Geschäft hinein torpediert? Ja, ich habe an jeden geschrieben, bin jedem auf die Nerven gefallen, bis ich irgendwann eine eigene Show hatte. Jede? Also ein bisschen genauer möchte ich das sagen. Nee, ich habe also angefangen im Kindergarten, also ich bin schon 16 Jahre im Showbusiness, kann man sagen, richtig lange schon. Und mein erstes Entgelt waren also Gummibärchen. Wofür? Was haben Sie geleistet im Kindergarten? Ja, also den Quatsch, den ich gemacht habe, den ich jetzt auch mache, nur Sie geben mir gleich keine Gummibärchen. Da kann man auch drüber reden, was ich gleich kriege überhaupt, das weiß ich nicht. Dafür bin ich Gott sei Dank gar nicht zuständig. Achso, sehr wenig. Beifall, vielleicht Beifall ist ja auch was Schönes. Beifall ist was Tolles, das ist das Schönste, was man kriegt. Ah, ich liebe euch, I love you. Sie haben jetzt eine Hörfunksendung im NDR 2 seit letzten Sonntag, nicht? Jeden zweiten Sonntag, das habe ich jetzt auswendig gelernt. 19 April ist die nächste Sendung um 13.05 Uhr und da bin ich wieder lustig und spritzig. Aber Sie waren doch, Sie waren auch mal Honeylein, ein böses, tückisches Kind. Ja, Honeylein ist immer böse. Das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen mir. Otto macht Sketche mit Föhn und ich mache Sketche mit zerquetschten Meerschweinchen. Mit zerquetschen? Ja, das ist der Untertitel. Zum Beispiel als Honeylein zu ihrer Mutter die blöde Kuh und morden ihren Wellensittich, um sie zu ärgern. Sie hat es ja auch verdient, denn Eltern, die was wollen, kriegen was auf die Bollen und sind später im Altersheim verschollen. Ja, das war, welcher Sender hat sowas gebracht? Radio Bremen, WDR, Südwestfunk, NDR jetzt gerade. Es macht Ihnen Spaß, ein böses Kind zu markieren oder sind Sie sozusagen? Ich war ein böses Kind. Also ich habe keine Meerschweinchen. Haben Sie mit Ihrer Mutter so geredet? Aber so manche Ameisen haben Sie ihre Wellensittich getötet? Bitte? Haben Sie die Wellensittich? Ich sag ja gerade, also Meerschweinchen waren es nicht, auch keine Wellensittich, aber so manche Ameisen, wie das jedes Kind halt macht. So der kleine brutale Mörder steckt in jedem Kind, auch in Ihnen. Das kann ich nicht mehr so gut beurteilen, was bei mir ein bisschen länger her ist. Aber haben Sie zu Ihrer Mutter mal die blöde Kuh gesagt? Nein, das hätte ich mich nicht gewagt. Und warum haben Sie das als Honeyline gesagt? Da kam doch irgendwas raus. Was ich gesagt habe? Ja, das wird intim, wenn ich das jetzt hier sage. Also meine Mutti hat immer Dickerle und Knödelchen zu mir gesagt. Also wir merken ja nun, dass Sie schlagfertig sind, denn wir haben uns ja über überhaupt nichts vorher unterhalten. Wissen Sie denn, wer ich bin? Ja. Aber ein bisschen, wenn Sie eine Sendung machen, ein bisschen geplant und geprobt wird da schon. Richtig. Sie überlassen nicht alles den Zufall. Nur jetzt nicht, deswegen schwitze ich auch so, weil ich gar nicht weiß, was fragen Sie mich als nächstes. Ja. Sie spielen sogar eine Aufregung, eine Aufregung, die Sie gar nicht haben, spielen Sie auch ganz treffend. Das denken Sie. Sie machen das doch ganz locker. Sie machen das doch ganz locker und mit links. Das merke ich doch. Ich bin aber sehr nervös. Wie sieht sich, also wenn Sie eine Sendung, wenn eine Sendung wie das Känguru da bevorsteht. Ja. Wie sieht das Verhältnis aus zwischen geprobt und improvisiert? Das Verhältnis zwischen geprobt... Wie viel ist da vorher festgeschrieben und ausprobiert? Also 90 Prozent werden da also vorgeprobt, aber hinterher ist die Sendung 100 Prozent improvisiert. Also das ist nie genauso, das Drehbuch hat eigentlich nie gestimmt, das war eigentlich immer nur so ein Alibi für den Herrn Hoff. Oh Gott, oh Gott. Und die Sendung war dann immer doch eine ganz andere. Sie setzen also ganz auf den Einfall des Augenblicks, ja? Richtig. Meistens. Haben Sie eine Vorstellung über den Augenblick hinaus, was Sie so in fünf oder zehn Jahren sein könnten? Ja, da könnte ich mir alles vorstellen. Also Schäfer auf Griechenland oder Dracula-Darsteller. Ich würde gerne mal sowas machen, wie Klaus Kinski gemacht hat, so ein Mörder oder sowas spielen würde ich auch gerne machen. Also Liebhaber passe ich nicht so, das hat die Darkman mir eben schon bestätigt. Sie sind 22, ich meine, da findet ja noch ein gewisser Reifungsprozess statt. Aber ich könnte mir so ziemlich alles vorstellen eigentlich, es kann noch alles kommen, vielleicht werde ich auch mal ganz ernst, es kann noch passieren. Sagen Sie Sprachen, Sie brillieren in allerlei Fremdsprachen und vielen Dialekten. Also bei Dialekten können wir ja prüfen, ob Sie die können. Ich kann mir beide miteinander reden, gell? Oder patenserisch, gell? Ich kann mir so, können wir miteinander reden. Finden Sie das gut? Alemannisch. Finden Sie das gut, was er macht? Das habe ich gar nicht gewischt, was das war. Alemannisch. Hermann Schreiber ist aus Stuttgart. Sturgut. Oh Gott, jetzt haben Sie mich aber am grünen Fall richtig erwischt. Sturgut, das klingt genauso. Nein, nein, Moment. Frau Heim hat das vorhin sehr mit Recht gesagt. Patenserisch. Patenserisch. Ist völlig anders als Schwäbisch, gell? Ja. Was haben Sie interessiert, wie Sie bayerisch reden? Bayerisch, ja das kann ich auch. Aber das meine ich selber den Daumen her. Das ist ja straußig, das ist nicht bayerisch. Ja, das ist schon ein echter Bayer, der Mann, gell? Sind Sie doch nicht Ministerpräsident, hören Sie mal. Gut, nun reden Sie aber auch Fremdsprachen und darunter solche, die nicht alle Leute können, sodass wir das gar nicht prüfen können, ob das nun die echte Sprache ist oder eine erfundene Parodie auf die echte Sprache. Genau. Also zum Beispiel Skandinavische Sprache, wer kann schon Isländisch, nicht? Ja, Isländisch kann ich auch. Ich kann Isländisch. Beweisen Sie mir, dass es kein Isländisch war. Und welche Sprachen können Sie noch fließen bis perfekt? Ja, Dänisch zum Beispiel. Kann irgendjemand hier Dänisch, können Sie vielleicht ein bisschen Englisch? Nützt Ihnen gar nichts. Nützt Ihnen überhaupt nichts? Weil ich wollte Ihnen eigentlich so ein bisschen Dänisch beibringen. Kann ich das jetzt mal machen? Ja, ja, bitte. Also es nützt Ihnen gar nichts. Kann irgendjemand Dänisch? Keiner. Gut, also dann lernen wir jetzt Dänisch. Demnach können wir Sie nicht kontrollieren. Das wollte ich ja vorher wissen. Das wollte ich ja vorher wissen. Wenn ihr gleich so ein Däner oder Gitter reingestürmt kommt, dann bin ich sauer, wenn ihr das kontrollieren. Also, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Dänischkurs Ja, ja, wir Dänen. Und wir wollen dann gleich alle mal sagen, wenn alle wir sprechen, in der erste Lektion Öckermengen-Hawk. So, jetzt sprechen wir alle mal Öckermengen-Hawk. Öckermengen-Hawk. Und Öckermengen-Hawk heißt, ich bin krank. So, und wenn uns jetzt einer sagt Öckermengen-Hawk, dann müssen wir auch wissen, was wir darauf entgegen den antworten. Und auf diesen sagen wir dann Töckermeng-Eck-Hawk. Töckermeng-Eck-Hawk. Sagen wir das einmal zusammen. Ich bin auch krank. Töckermengen-Eck-Hawk. Töckermengen-Hawk. Töckermen-Eck-Hawk. Und es heißt dann, du bist aber noch viel kranker. Wenn wir den dann auswissen wollen, wenn der dann sagt, du bist kranker, sagen wir Zelmys, wie wir sind. Oh oh. Und du bist aber noch viel kränker. So, und wenn wir dann ganz doll krank geworden sind, dann kann dir auch passieren, dass der ganz schlimmer wird. Und am Ende müssen wir dann sagen, Jok Beng Ming Tö Ben. Jok Beng Ming Tö Ben. Sagen wir das einmal zusammen. Jok Beng Ming Tö Ben. Ja, so ähnlich. Und es heißt dann, ich bin abgestorben. So, und wenn wir nach dem Abgestorben-Sein wieder gesund geworden sind, dann müssen wir auch wieder gut essen. Und wir sagen dann, Kleiner Witz. Es heißt dann, ich esse jede gute Dänis- und Magenbutter und Däntis. Ich muss natürlich sagen, ich esse jede gute Dänis- und Magenbutter auf Däntis. Muss also sagen, und darf auf keinen Fall sagen, und jetzt schreiben wir einen kleinen Brief. Und an der Anfänge schreiben wir und dann bekäminen, pointing dann, So jetzt Sie? Ja, alle zusammen den Satz rechnen, ich sag nochmal, Elting, better, hotter, und dann sagen wir mal alle zusammen, Schnürsenkelen. Also das heißt sicher nicht Schnürsenkel, oder doch? Schnürsenkel, nein, natürlich nicht. Ist doch noch was heißt das? Schnürsenkel. Und es heißt dann, liebe Tante Johannsen, viele Dank für das hebbige Gemüse, was du uns gesickt hast und die Schnürsenkelen. PS, bis dann, bis nächste Woche bei Ja, Ja, wir denen. Und allting hör, der skubben, trappen, tappen, tappen, tappen.